Schaut bitte einfach auf die Internetseite des WSV. Jeweils für den Auswärtsspielen werden wir dort hinterlegen, wo ihr hinfahren müsst. Wenn ihr den Internet habt, dann kommt der. Lautsprecher-Nagel ist besser geworden. Was schaut in der Mund an? Oh, clever. Es sah böse aus hier. Zweiter Fauxpas. Das sind die österreichischen Tore. Sieht auch nicht immer glücklich aus. Der Puck-Puck sollte sich anders sehen. Der Puck-Puck. Hände. Gubben! Hände! Nein! Ein Team! Ja! Ja! Das war's! Steht sein! Tempo, komm! Ja! Geht nicht! Das ist ein Drucker! Das ist ein Drucker! Die ist getrieben! Die ist so tief! Nee, die, das nicht! Man ist so tief! Komm! 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 Wird doch halt angenehmer. Ich war nur hier oben in Aderschlössen, bin nur hingefahren und kurz ein Interview zu machen. Also, jetzt haben wir schon von Regen. Ich muss körperliche Arbeit machen. Ich verklatschen, dass ich schütze mich wieder zumal. Wechsel! Wechsel! Nein, bestimmt. Mach's! 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 Schieben! Mach's! An die Wäsche gehen, gibt eine gelbe Karte. Und auch nicht. Warte rein, ne? Gut, die hast du mir gewonnen. Hey, schnell, Alter! Mach's! 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 necessitate! Mach's! 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 In der 47. Spielgruppe das 3 zu 1 für die Gäste aus Heiligenhaus. Weißer, weißer, weißer! Wie lange spielen die Chancen? Ja, das ist ein bisschen von der Kabine. Die Jungen-Mannschaft hat ja schon gewachsen. Komm, komm! Lauf, lauf! Komm, komm! 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 Hintabar! Hintabar! Tada! So. Ja. Nein. ine Hintabar! So. Ja. Fühlt. 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 Hintabar! Fühlt. Auf der 2er noch den Emmelkeppler. Auch in der Zollsliga. Aber der Emmelkeppler war noch in der Zollsliga, auch zweimal hintereinander gestellt. Hey, drei, drei! Daniel, du magst! Daniel, du magst! Daniel! Ich bin keiner! Ja, ja, bleib mal! Bis gleich! Komm, was du noch machst! Mit links! Mit links! Zeit! Echt! Zeit gegeben! Weiter! Markus! Eins! Die vier! Mann! Nein, nein! Keine Mauer! Aufrecht! Ich weiß nicht, wie das ist! Ja, ja, Mann! Tief! 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 Henrik und Marcel, komm! Tief! Tief! Ja, kommts! Ja, kommts! Ja, kommts! Ey, kommts! Kommt du bis zum Bisschen gucken? Ja, ja. Der kann, der ist mit dem! Na ja, einer, einer! Brauch, der Jakob! Brauch, ihr... Ja, 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 ja! Ja, dann, brauch, bleib du! Brauch, ihr von dir in Feuerabkommen! Brauch, geh du, Frau! Ja, ja! Seien, die links! Genau so, Jungen! In der 50. Spielminute ein Doppelwechsel beim WSV. Für die Spieler Marcel Wüscher und Hendrik Böhr sind jetzt im Spiel mit der Nummer 14 David Mayer und mit der Nummer 15 Dirk Rondorf, der sich heute zur Verfügung gestellt hat, mit der enge Personalsituation, um einfach zu helfen. Vielen Dank dafür! Kappi-Jay, ja! Hier, hier! Kappi-Jay! Ja, ein Schwer! Hoor! 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 Noch einen, der Daniel! Nicht Schwer! Hey, hey! Komm! 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 Heben rein! Komm! Ja Kaudh, ein alter Schlitt nach oben! Komm! Ich komme hinterher rücken! Komm! Da stehen Sie jetzt hier! Sieh mal links, links, links! 1,5! 3,5! Nicht verlieren! Richtig so! Und Raul ab geht! Hinfuhr! Achtung! 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 Komm, 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 komm! Ja, gut, Junge! Der Rieger! Der Rieger! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Hast du heute wieder Automaner schlossen? Nee! Die sollen noch dran arbeiten, ne? Ich hab immer nachgedacht. Komm, komm, komm! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Jakob, bitte um die Jacke! Du kommst! Wechseln! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, Junge! So war! So war! Stefan ist weg! All right! Komm, weiter! Du entscheidest da, ne? Richtig, Junge! Komm! Konnte ausgehen! Komm, ne? Komm! Hohe! He! Vögel! né, Schiedrich! Komm! Körbe rein! Komm! 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 Komm, Männer, zu Ordnung! Der hat doch gut hier! Hey, macht auch nur hier! Gut! Gut! Derrick, du trägst einen kleinen Bauch vor dir her! Lass ihn rollen! Stell ihn nur, stell ihn nur! Halt! Der ist wieder zurück! Lass ihn nicht annehmen! Lass ihn nicht annehmen! Lass ihn nicht annehmen! Derrick zum Tausenden! Gut, das ist für den Aroni! Und kommt Gas drauf! Lämo! 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 Nehmt euch ein Beispiel, Leute! Dann kommt auf! Komm euch schon weg! Lämo! Ja, wir sind auf Sechsfälfer, ja? R Zimmer, ja? Stimmen bleibenhearted! Ja, das ist gut. Lass inveig?" Der Das ist schon eine gute halbe Stunde, Leute. Nein, nein, so alt ist er noch nicht. Komm, jagen, ey! Simon, Louis, Fuß, keine Passauf, wachs! Kein! Nicht zum Tor, reicht schon! Draule, Draule, Abzug! Beide Bälle! Beide Bälle! Oh, hey! Beide Bälle, Daniel! Beide Bälle! Beide Bälle, Daniel! Beide Bälle! Beide Bälle! Haken! Komm, hin! Rot, 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 komm! Zieh damit! Manni, komm, Junge, komm! Manni, komm, Junge, komm! Manni, komm. Hande Kutzen! Jetzt, Jan, Jan, Jan! Jetzt, Jan, Jan! Jetzt, Jan, Jan! Dann, Junge! Ein, Jan, Jan! Ein, Jan! Aus! Komm raus! Reif, hoch, mach mal! Ruck, Ried weg! Komm, noch! Komm, wieder, wieder! Positionen nicht so tief! Weg, weg! Komm, noch, nach hinten! Weg! Das ist voll im Krieg mit dem Sander. Drei Wunder wird gar nichts da. Kommt! Ja! Das war ein Tennis aufpassen hier oben. Ja, das ist gut. Kommt vor die Roten. Geht euch, Mann! Bleibt dabei, wenn ihr seht. Wo war Jakob? Ah! Hey, andersrum! Ich bin doch offen los und bin mit Kitz. Wer kam von uns? Ja, komm! Ja, komm mal hin! Ja, komm mal hin! Schön mit meiner Hände! Komm hin! Komm! Jetzt ist es! Lacky! Lacky! Eis! Hallo! Lacky! Mann ist auf der Hand gefallen! Ja! Kommt noch was? Ja! Lacky! Na, das ist ja auch eine Katze. Ja! Ja! Instrich! Na, das ist ja auch eine Katze. Ja, das ist ja auch eine Katze. Ja, das ist ja auch ein Katze. Das ist ja echt. Ich schreibe! Ruhig, ruhig. Was? Einfach! Die Klauen! Das ist da, Jungs! 10 Minuten! Funktion! Zeig mal! Das ist so, Jugi! Hey! Schau, komm! Ganz rechts! Ganz rechts! So, oder? Oh! 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 Ja! Frau Laufkarte! Komm her, Junge! Komm! 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 Nicht zu weit, Bärme! Klatsch! Brauch! 3 Kass! Kicelsrichter! Den Eekstern! In der 60. Spielminute ein weiterer Wechsel beim WSV, verletzungsbedingt muss Kai Kassebrock ausscheiden, und mit der Nummer 12 kommt jetzt Marc Hoffer. Das ist viel, das ist viel. Das ist viel, das ist viel. Wir haben einen Vorschlag! Mach dich auf! Schießt er wieder! Na ja, na ja, na ja, na ja... Schießt ihr los? Oh ja, ey! So blir du klatsch! Schießt doch immer! Entschuldigung! Stehle! 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 Stähle! Stehle! 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 Stehle!" Stehle! Glocke! Auf die Schritte! Rutsch! Haß! Steh! Rutsch! Soll es mit dir! Xck! Und jetzt bitte! Komm mal raus! Geh! 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 Küschen, Küschen! Hey, wach! 10 Meter Mabster! Ja, ab! Drück, drück! Mehr! Komm, Jungs, wenn er wieder einfacher fiel denn hier, Jungs! Echt! Echt! Zählen! Das handelt doch echt mal hier, Arme! Du hättest viel schlecht! Ja, wunderbar! Arne! Rennstiefer! Rennstiefer! Jungs! Gott! Gutes! Lohger! Gut gemacht, du Starts! Leute, rein! Rein! Wir sind mal wieder ruhiger. Hey, wir sind richtig. Hey, Brüste, Alter! Wir spielen die ganze Zeit 1 gegen 1. Hey! Komm, 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 komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Hey! Voll gegen 2! Pass auf, pass auf! Komm, komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm! Ach, ey! Oh, ich bin jetzt der Kahn, das ist egal, ich muss die Kahn. Komm, komm, komm! Hey! 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 Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Hey, Jungs! Schieß! Auf, auf, auf! Hey! 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 Los geht's! Ich bin der Flieger. Seid zu! Kucken! Und der Ballmann! Hey! Ganz wichtig, Spaß! Wir müssen im Spiel bleiben! Wir sind alle! Anpacken, go! Machst du an die Rute! Komm, komm, komm! Schritte raus, komm, komm, komm! Stehen keinen Fall los! Fußball! Innen, innen, innen! Jetzt! Weiter, Junge! Na, na! Aufspiel! Nix! Komm, 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 komm! Wir spielen leider Fußball! Na, na, na! Jetzt! 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 Hey, Simon! Schlepper! Schlepper! Wir spielen! Billigheden! Wir spielen leaveijden! Ja! ustedes Power'em! Let's go! Mrs! Ja! Die an der med! Komm! Verse Porque! Der Richter! Mensch, der Richter! Der Richter! Der Richter! Der Treppe obenСпassen. Geh durch an den 16er Jakob! Noch mal zurück! Alle anpacken! Komm! Hand dahinter! Durchsicht, durchsicht, Max! Komm nicht da! Da waren! Baus! Und die Weh! Na! Manni! Komm! Heiß, reiß! Du es! Komm mit! Komm mit! Komm mit! Komm, komm, komm in den Lauf, komm, komm! Vor, vor! Städte raus hinzu! Einfach rein! Scheiße! Mann! Halten! Riemen! 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 Hupen! Riemen! Riemen! Mach mal brüch auf! Sie haben... Riemen! Riemen! Das sind extrem. Riemen! 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 Acht! Ja! Acht! Hinter den Ball, Männer, hinter den Ball! Der geht mit! 15, 16 Minuten. Welles! Bist du mit dir oder? Hände, rechts. Ehh, du bist mit dir noch! Hände Pöne noch! Ehh, schützt dich doch, oder? Ehh! 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 Ehh, schützt dich doch, oder? Ehh! 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 Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Danke. Schönen Tag noch. 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 Einfach. Einfach. Unterstützen. Weiter. Erste, zweite Bälle. Die ist lauern. Bleib einfach vor. Kabel, 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 Kabel. Richtig. Einfach vor. Kabel, Kabel, Kabel. Das ist ein .... ... poli. ... zu spielen. Okay. Lass gleich losgehen. Was? Wer beitert ist? Das ist klar. Kabel, 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 Kabel. Kabel, 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 Kabel. Kabel, 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 Kabel. Durch Ration, Herr Männer, wir brauchen wieder so was. Wir wechseln. Hallo. Hallo. Wilf. Warum nehmst du mich? Ich kann die Jahresbank. Komm hier. 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 Ja, klar komm ich zu dir. Das gefällt dir auch. Alles klar. Uli, aber du musst 40 Euro bezahlen. Ja. Da hinten hat er bestimmt 10 Euro. Wunderbar. Komm. Ja. 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 Und das Spiel ist noch nicht zu Ende. Acht Minuten Verschluss, der Anschlusstreffer für den WSV, wieder mal der Torschütze Tim Zimmermann. Hey, wuße die Börschen! Go, go, go! Go, go, go! So, Junge! So, Junge! Achtung! Komm, Ed, komm! Ich verschwinde! Dennis! Balm! Sadman! Sperm! G'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'. Hau! Hau! Immer der Neuner, immer der Neuner! 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 Und da neuner! Sonst Highlight legacy! Ja, vor! Oh! Oh! Weiter geht's! Komm, kommt! Komm, kommt! Komm, kommt! Kieler hinter! Das erste Mal. Kiesse hinter euch ab. Komm, holt euch den Ball! Dann da, ersten Ball. Dennis, Ed! Einer muss hier noch ein bisschen stoppen. Kiel, pass auf! Halt hin! Halt hin! Raus! Und hier wieder! Mal hinter den Ball! An der blauen Linie! Komm, alles nach vorne, David! Das ist ein Leger! Die Freizeitfälle da! Wolle! 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 Endstatt im Besorfsligaspiel zwischen dem WSV und den Gästen aus Heiligenhaus. 2 zu 3! Glückwunsch zum Sieg an die Gäste! Aber ich glaube, unsere Mannschaft hat genauso einen Applaus verdient für die auch heute wieder gute Leistung in der Besorfsliga! Und natürlich hoffen wir, dass nächste Woche im ersten Kölner Auswärtsspiel der WSV-Anhang wieder zahlreich vertreten ist, nächste Woche um 15 Uhr in Köln-Nil. Wer aber lieber im Rhein-Sieg-Kreis bleiben möchte, der hat dann Gelegenheit nach Eidorf zu fahren. Dort spielt um 15 Uhr unsere zweite gegen SV Eidorf 1. oder aber bereits mittags unsere dritte Mannschaft gegen Buchholz 2 in Buchholz. Also auf irgendeinem Sportplatz nächste Woche wieder gelb und schwarz. Schönen Sonntag noch! Bis dann! Sprechen! Musik